Was als normal angesehen wird, ist persönlich. Ebenso verhält es sich mit den Zuschreibungen fake und real. Nun sind beide Begriffe auf viele Dinge der Welt anwendbar. In der Arbeit Super Nature wird der Mensch selbst zum Objekt zwischen echt und unecht. Dabei arbeitet sich die Fotografin nicht an einer Lebenseinstellung oder Ansichten ab. Sie rückt vielmehr jegliche Form von Veränderung am menschlichen Körper in das Licht vor der Kamera. Ohne jede Wertung zeigt sie Hautteile, Nadeln, Faden, Bilder von Operationen, medizinisches Gerät. Die unterschiedlichen Präsentationsformen deuten darauf hin, dass hier keine lineare Geschichte erzählt oder ein zusammenhängendes Narrativ geschaffen wird. Vielmehr geht es der Künstlerin um die unterschiedlichen Formen körperlich-mechanischer Optimierung. Von der Brustvergrößerung über die Begradigung der Nase bis zu den benötigten Hilfsmitteln für jede Form von operativem Eingriff. Das menschliche Subjekt verschwindet hinter einer Wand von Schönheitsidealen, verstärkt durch den Wunsch, das eigene Aussehen an die Ideale einer werbeinfiltrierten Welt anzugleichen. Die fotografische Form von Carina Sirko Kurz ist sachlich. Präzise und genau fotografiert sie entfernte Hautfetzen, um sie dann in der Ausstellung in großem Rahmen als feines Exponat zu präsentieren. Dabei werden alle Exponate in der Arbeit auf weißem oder schwarzem Hintergrund aus ihrer Umgebung entnommen und entfalten genau durch diese Abbildungs- und Präsentationstechnik eine enorme konzeptionelle Kraft. Selbst das einzige Bild mit einer sichtbaren Person ist konzeptionell so in die Arbeit eingebettet, dass die klassische Frage, wer ist das, überhaupt nicht aufkommen könnte. Die eigentliche Frage, die sich beim Betrachten jedes einzelnen Bildes stellt, ist die Frage nach dem Was. Was sehen wir? Direkt zum Anfang der Arbeit macht es kurz den BetrachterInnen leicht, die Idee der Gesamtarbeit zu verstehen. Das helle Silikonimplantat auf schwarzem Untergrund steht hier sinnbildlich für den Wunsch, den Körper zwingend an eine inoffizielle Norm anpassen zu müssen. Was folgt, sind unterschiedlichste Formen plastischer Chirurgie und ihre Überbleibsel. Wer schön sein will, muss sich anscheinend nur operieren lassen. Wie viel Leiden das schlussendlich hervorruft, muss dann jeder selber herausfinden.